Weiter geht es mit den Gaming-PC-Bilds in 2022 und heute gibt es wieder ein Mini-ITX-Bild, der mittlerweile dritte auf meinem Kanal und diesmal mit einem besonders coolen Case, jedenfalls auf den ersten Blick. Wir werden dann im Zusammenbau sehen, ob es dann genauso cool bleibt, ob man in diesem Gehäuse vernünftigen Gaming-PC bauen kann und wie der PC dann insgesamt darin läuft. Dieses Video wurde auch möglich gemacht durch HIDE, welche mir einerseits dieses Gehäuse zur Verfügung gestellt haben für diesen Bild und andererseits auch das Netzteil, welches schon im Gehäuse verbaut ist. Also einen Link zu dem Gehäuse mit Netzteil findest du in der Videobeschreibung, falls dich das genau interessiert und auch ansonsten findest du natürlich alle Komponenten aus diesem Gaming-PC-Bild unten in der Videobeschreibung in der Geilzeitswunschliste. Wir haben ansonsten hier ein Gaming-PC heute auf AMD-Basis mit dem Ryzen 5 5600X als Prozessor, dann ein ASRock B550 Phantom Gaming ITX-Mainboard. Als Kühllösung habe ich mich dieses Mal für eine Wasserkühlung von EK Waterblocks entschieden, eine 240er All-in-One-Wasserkühlung und als Grafikkarte kommt auch was von AMD zum Einsatz, nämlich eine Radeon RX 6800 XT im Referenzdesign. Als SSD haben wir eine Western Digital M.2 SSD mit einem Terabyte Kapazität und als Arbeitsspeicher ein Kingston Fury Beast RGB Kit mit insgesamt 32 GB, das sind zwei 16 GB Riegel. Also insgesamt ein wirklich richtig gut ausgestatteter Gaming-PC mit der RX 6800 XT und dem Ryzen 5 5600X, da sollten eigentlich kaum Wünsche offen bleiben. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nach und nach alle Komponenten im Detail beim Zusammenbau an und legen jetzt direkt los. Beim Mainboard habe ich mich, wie schon erwähnt, für das ASRock B550 Phantom Gaming ITX AX entschieden. Ich habe mich für ein B550 Mainboard entschieden, weil diese Mainboards in der Regel nochmal etwas neuer und oft auch etwas besser ausgestattet sind als die X570 Mainboards. Und mit B550 Boards kann man ja auch übertakten, falls man das möchte und eigentlich haben wir mit diesem Chipsatz keinen wirklichen Nachteil im Vergleich zu den X570 Boards. Das Mainboard ist auch ganz gut ausgestattet. Beispielsweise hat das ASRock Board auf der Rückseite insgesamt sechs USB-Anschlüsse, davon einer auch USB-C, wobei wir den auf der Rückseite am Ende nicht nutzen können oder werden. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Ansonsten hat das Mainboard halt auch schon WLAN mit dabei. Das ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen, der sich für so ein Mini-ITX-Bild interessiert, je nachdem, wo das Ding dann bei einem zu Hause denn stehen soll. Ansonsten macht das Mainboard insgesamt aber wirklich einen ganz guten Eindruck, sieht eigentlich auch ganz schick aus, wobei das Design tatsächlich bei diesem Bild nicht von Bedeutung ist, da wir in das Gehäuse am Ende ja nicht reingucken können. Als erstes verbauen wir natürlich die CPU, also den Ryzen 5 5600X mit seinen sechs Kernen und insgesamt zwölf nutzbaren Threads eignet er sich eigentlich perfekt für unseren Small Form Factor PC-Bild. Damit ist man auf jeden Fall für die Zukunft noch gut ausgerüstet und in Verbindung mit der Grafikkarte, die wir hier verbauen, mit der RX 6800 XT, sollte das eine Top Gaming Performance abliefern. Also einfach den Sockel auf dem Mainboard öffnen und anschließend die CPU vorsichtig einsetzen, Sockel wieder schließen und dann sind wir auch schon fertig mit der Installation der CPU. Es gibt eigentlich nichts Einfaches beim Zusammenbau eines PCs. Zuerst verbauen wir auf dem Mainboard dann den Arbeitsspeicher. Hier habe ich mich für ein Kingston Fury Beast RGB Kit entschieden. RGB ist eigentlich unnötig bei diesem Bild, da wir ja wie gesagt in das Gehäuse sowieso nicht reinschauen können. Aber ich hatte das Kit ehrlich gesagt noch übrig bei mir hier rumliegen, deswegen habe ich das jetzt genommen und von den Specs passt es eigentlich ganz gut zu dem Bild. Das ist ein 3600 MHz Kit mit CL18 Timings, also auch schnell genug für unseren Ryzen 5 5600X, den wir hier verbauen, sodass wir hier keine Performance Einbußen befürchten brauchen. Also RGB ein bisschen unnötig, aber falls einen das dann doch stört, dass man irgendwie den RAM aus dem Gehäuse rausleuchten sieht, kann man ja sonst auch die RGB-Beleuchtung einfach deaktivieren. Als SSD habe ich mich für die Western Digital SN570 1TB SSD entschieden. Die SSD haben wir auch schon im letzten Bild von mir gesehen. Das liegt daran, dass ich die SSDs quasi zeitgleich gekauft habe und diese SSD relativ günstig zu bekommen war an dem Tag. Die war dort nämlich im Angebot. Aber auch insgesamt ist die SN570 eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine ganz gute SSD, auch schon ein etwas schnelleres Modell mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3 GB pro Sekunde und einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 3,5 GB pro Sekunde. Also tatsächlich so eine SSD im mittleren Leistungssegment kommt nicht an die High-End-SSDs ran, aber ist auch keine super billige SSD, nutzt auch den etwas höherwertigen TLC-Speicher und ist halt SLC-Casht. Deswegen halt die hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Im Moment kostet die SSD knapp über 90 Euro. Als ich sie gekauft habe, hat sie noch 10 Euro weniger gekostet. Ich denke aber, insgesamt ist es immer noch eine ganz gute SSD vom Preis-Leistungs-Verhältnis und 1 TB Speicher sollten eigentlich auch für jeden erstmal ausreichen. Natürlich könnte man argumentieren, bei so einem Mini-ITX-Bild, je nachdem was man damit vorhat, vielleicht doch lieber gleich 2 TB verbauen, da man ja den Speicher hier jetzt nicht so leicht upgraden kann. Wäre tatsächlich eine Option. Für mich hier persönlich reichen aber die 1 TB immer noch aus. Also würde ich nicht irgendwie mehr Speicherplatz wegen YouTube-Videos oder sowas brauchen, dann würde ich mit dem 1 TB sehr wahrscheinlich noch auskommen. Da es eine M.2 SSD ist, können wir sie wieder einfach direkt aufs Mainboard aufstecken. Das ist halt besonders für Small Form Factor PCs interessant bzw. von Vorteil, wie auch bei diesem Bild. Also einfach die Abdeckung am Mainboard entfernen, SSD reinstecken, wieder draufschrauben und installiert ist der Speicher. Alternativ hätte man bei dem Mainboard noch die Möglichkeit, auf der Rückseite auch noch eine weitere M.2 SSD zu verbauen. Haben wir aber jetzt hier in diesem Fall nicht gemacht. Da wir eine Wasserkühlung in diesem Bild verbauen, sind wir jetzt erstmal fertig, was die Bestückung des Mainboards angeht. Und wir können uns jetzt erstmal im Detail um das Gehäuse kümmern. Ich hatte ja schon gesagt, dieses Video wurde möglich gemacht durch Height, die mir das Case zur Verfügung gestellt haben, mit schon integriertem Netzteil. Und es handelt sich um das Height Revolte 3. Ich verwende hier für den Bild die schwarze Variante von dem Height Revolte 3. Es gibt auch noch eine weiße Variante, die ich euch hier auch einmal mitgebracht habe. Also eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Je nachdem, was besser vielleicht in das eigene Arbeitszimmer passt, kann man sich halt entweder für das schwarze oder das weiße Modell entscheiden. Denn dadurch, dass wir hier kein Sichtfenster oder so haben bei dem Gehäuse, braucht man tatsächlich auch, wenn man sich für ein weißes Bild entscheidet, jetzt nicht mal darauf achten, dass man irgendwie auch noch eine weiße Grafikkarte oder ein weißes Mainboard dazu hat. Das ist halt egal, da man das Gehäuse eigentlich sowieso nur von außen sieht. Also da kann man je nach Geschmack sich dann entscheiden, was man gerne hätte. Von der Bauform ist dieses Small Form Factor Case quasi ein Tower. Das heißt, es ist eher höher als lang oder breit. Also eine etwas besondere Bauform. Gibt es aber auch schon andere Cases mit dieser Form. Und letztendlich ist dann am Ende die Grafikkarte vertikal eingebaut. Und die Anschlüsse von dem Mainboard oder auch für die Grafikkarte befinden sich dann unten unter dem Gehäuse. Das ist eigentlich ganz cool, weil man die Kabel ganz gut verstecken kann. Ist auch ganz gut gelöst bei dem HydreVolt 3. Und was das Netzteil angeht, haben wir da drin ein SFX-Netzteil von iByPower jetzt integriert mit 700 Watt und 80 Plus Gold Zertifizierung. Und das Netzteil ist auch, obwohl es quasi schon fest eingebaut ist, trotzdem noch voll modular. Das bedeutet, falls wir doch irgendwelche Kabel nicht benötigen, können wir sie einfach entfernen. Ist nicht unbedingt immer zwingend notwendig, denn die Kabel sind auch schon von der Länge so angepasst, dass sie perfekt in das Gehäuse reinpassen. Aber wenn man irgendwelche Kabel nicht braucht, wie in unserem Fall beispielsweise S-ARTA oder Molex-Stromanschlüsse, dann kann man diese Kabel trotzdem noch entfernen. Ansonsten hat das HydreVolt 3 auch noch weitere coole Features, beispielsweise einen Tragegriff oben. Das heißt, wenn man sich tatsächlich diesen Small Form Factor PC baut, weil man damit vielleicht auch ab und zu mal irgendwo hin möchte, auf irgendwie Lahm-Partys oder zu Kumpels oder man pendelt irgendwie zwischen Wohnung für Studium und zu Hause und möchte seinen PC immer dabei haben, dann ist das ziemlich praktisch, um das Ding zu transportieren. Und es hat auch auf beiden Seiten einen ausklappbaren Haken, wo man beispielsweise sein Headset dranhängen kann. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und ansonsten braucht es sich von der weiteren Ausstattung auch nicht verstecken. Wir haben vorne neben dem Power-Button drei USB-Anschlüsse, zweimal USB 3.0a und einen USB-C-Anschluss. Da ist aber das Problem, was ich tatsächlich nicht so cool finde, dass dieser USB-C-Anschluss quasi einfach nur mit einem Verlängerungskabel dann hinten ins Mainboard reingesteckt wird. Das ist das, was ich vorher meinte, dass wir den USB-C-Anschluss hinten am Mainboard gar nicht separat nutzen können, denn in diesen wird das Kabel reingesteckt, was dann zum USB-Anschluss vorne am Gehäuse führt. Das ist quasi einfach nur so ein USB-C-Verlängerungskabel. Also kein USB 3.1-Key-A-Header bei dem Gehäuse. Hat natürlich den Vorteil, dass das wahrscheinlich die Kompatibilität zu Mainboards etwas erhöht, aber insgesamt verliert man dadurch halt quasi einen möglichen USB-Anschluss. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ansonsten haben wir vorne dann noch einen kombinierten Mikrofon- und Kopfhöreranschluss. Da liefert Haid aber auch direkt ein Y-Kabel mit. Also die meisten PC-Headsets haben ja dann ein separates Kabel für Kopfhörer und Mikrofon. Dann kann man mit dem Y-Kabel das auch problemlos mit dem Gehäuse verbinden. Also insgesamt muss man schon sagen, wurde da tatsächlich mitgedacht. Da hat man sich Gedanken gemacht beim Konzept und Design dieses Gehäuses. Und ich finde, dass es für den Preis einerseits halt wirklich ganz cool aussieht. Es ist auch sehr hochwertig verarbeitet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie billig wirkt. Also es ist schon ein recht massives Gehäuse. Selbst ohne verbaute Komponenten wiegt das Ding auch schon ein bisschen was. Ist vielleicht für den Transport nicht so cool, aber insgesamt wirkt das Ding halt wirklich sehr hochwertig. Und ich finde, für den Preis von 130 Euro kann man da echt nichts gegen sagen. Das ist für gute Small Form Factor PC Cases wirklich ein normaler Preis. Und da bekommt man wirklich schon einiges an Qualität und vor allem durchdachte Features geboten. Mit integriertem Netzteil kostet das Teil, so wie ich es jetzt hier habe, dann 250 Euro. Das heißt, wir bezahlen im Prinzip nochmal 130 Euro fürs Netzteil. Das ist vom Preis auch noch okay. Könnte noch einen Ticken günstiger sein, denn wenn man das mit anderen SFX-Netzteilen vergleicht, dann kostet zum Beispiel das Corsair SF750 80 Plus Platinum Netzteil auch 130 Euro. Hat nochmal eine bessere 80 Plus Zertifizierung und hat nochmal 50 Watt mehr in der Reserve. Deswegen die 130 Euro, die quasi der Aufpreis fürs Netzteil kostet, muss man jetzt nicht unbedingt ausgeben. Da kann man sich eigentlich auch das Gehäuse und das Netzteil einzeln kaufen. Hat dann eigentlich nochmal tendenziell ein etwas besseres Netzteil mit drin. Muss sich dann halt nur selbst um den Einbau kümmern. Das ist halt dann der Nachteil. So wie das Gehäuse mit Netzteil geliefert wird, sind halt alle Kabel schon sinnvoll verlegt. Und die Kabel haben schon eine passende Länge für das Gehäuse. Also das ist schon ganz gut. Deswegen sollte man sich überlegen, ob einem das quasi ein extra Aufwand wert ist. Hat man das Gehäuse dann soweit vorbereitet? Wie gesagt, nicht benötigt, die Kabel entfernt und alle Seitenwände abgemacht. Die Anleitung übrigens, wollte ich auch noch erwähnen, ist auch sehr detailliert und aufschlussreich für das Gehäuse. Da wird quasi wirklich Schritt für Schritt erläutert, in welche Reihenfolge man was einbauen soll, damit man es sich beim Einbau der Komponenten halt möglichst leicht macht. Ist quasi wirklich idiotensicher. Und ich habe mich an dieser Anleitung auch gehalten, weil ich mir auch denke, ich weiß es sicherlich nicht besser als die Leute, die das Gehäuse designt haben. Also das ist eigentlich auch ziemlich praktisch. Hat man dann, wie gesagt, alles soweit vorbereitet, wird als erstes das Mainboard eingesetzt. Das geht bei einem Mini-ITX-Mainboard natürlich relativ zügig, mit denen lediglich vier Schrauben, mit denen das Mainboard dann befestigt wird. Bevor wir jetzt zum Einbau der Wasserkühlung kommen, muss man auf jeden Fall alle Kabel, die man irgendwie verlegen kann und anschließen kann, anschließen. Denn sobald die Wasserkühlung ist, hat man kaum noch Zugriff auf die Anschlüsse und auf die Kabel. Also jetzt an dieser Stelle muss man tatsächlich alles anschließen, was man nur irgendwie anschließen kann. Und danach wird dann die Wasserkühlung eingebaut. Bei der Wasserkühlung habe ich mich dieses Mal für ein Modell von EK Waterblocks entschieden. Und zwar die Basic All-in-One Wasserkühlung in der 240-Millimeter-Variante. Die Wasserkühlung hat jetzt keinen besonderen Schnickschnack, auch kein RGB mit dabei. Brauchen wir halt auch nicht, weil wir in das Gehäuse sowieso nicht reingucken können und davon nichts hätten von den RGB-Effekten. Auf die Lüfter bin ich ganz gespannt, weil die vom Design den Noctua NF A12 sehr ähnlich sehen, was ja sehr, sehr gute, mit die besten 120-Millimeter-Lüfter auf dem Markt sind. Und diese hier von EK Waterblock sehen den halt sehr ähnlich. Deswegen bin ich tatsächlich gespannt, wie das mit einer Lautstärke am Ende werden wird. Und ansonsten beim Einbau müssen wir dann erstmal natürlich die Montageaufnahme für den AMD-Box-Kühler entfernen vom Mainboard und dann das normale Montage-Kit von der Wasserkühlung anbringen. Auch das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich kenne aber auch ehrlich gesagt keine Wasserkühlung, keinen CPU-Kühler, wo die Montage mittlerweile besonders schwer ist. Die Anleitung ist hier wieder sehr aufschlussreich und zeigt einem Schritt für Schritt, wie man die Wasserkühlung zu installieren hat. Wir installieren dieses Mal als erstes den Wasserblock bzw. die Pumpeneinheit auf der CPU und anschließend wird dann der Radiator an die Halterung des Gehäuses herangeschraubt, die man auch aufklappen kann. Die Möglichkeit, dass man den Radiator der Wasserkühlung hochklappen kann oder wenn man jetzt keinen Radiator da verbaut hat, sondern einfach nur Lüfter und einen Luftkühler, macht es einen deutlich einfacher, Komponenten nachträglich auszutauschen, weil man klappt einfach das Ding hoch, da ist dann der Radiator dran und man hat wieder sehr guten Zugriff auf die Komponenten auf dem Mainboard und wenn man dieses Teil nicht hochklappen könnte, dann müsste man den Radiator immer ausbauen, damit man da überhaupt nur irgendwie drankommt. Das ist wirklich sehr praktisch, sehr gut mitgedacht. Falls man später nochmal irgendwas tauschen oder upgraden möchte, geht das dadurch jedenfalls deutlich einfacher. Jetzt sind wir tatsächlich auch schon fast fertig, denn dadurch, dass das Netzteil schon drin war, da wir schon alle Kabel angeschlossen haben, die angeschlossen werden konnten und wir auch keine weiteren Gehäuselüfter hier irgendwie verbauen, kommt jetzt die Grafikkarte als nächstes an die Reihe. Hier habe ich mich für diesen Bild für eine Radeon RX 6800 XT entschieden, also wir gehen hier voll auf AMD. In diesem Bild passt halt auch sehr gut zum Ryzen 5 5600X. Ich habe mir hier dafür eine RX 6800 XT im Referenzdesign besorgt, die performt eigentlich ziemlich gut, was die Kühlleistung angeht und auch die Lautstärke und auch von den Maßen passt sie halt eigentlich sehr gut hier in unseren Bild hinein. Wie schon gesagt, haben wir ja keine extra Gehäuselüfter hier in dem Small Foam Factor PC, braucht man aus meiner Ansicht aber auch nicht, weil die Grafikkarte liegt ja schon direkt an einer Gehäusewand an, durch die sie sofort Frischluft beziehen kann über die drei Lüfter, die jetzt die RX 6800 XT im Referenzdesign halt verbaut hat, also da braucht man keine extra Gehäuse-Lüfter. Dann die Wasserkühlung ist auch an einer anderen Seite des Gehäuses direkt am Rand. Auch hier findet ein Luftaustausch dann direkt statt, ohne dass wir irgendwelche weiteren Gehäuse-Lüfter brauchen. Und auch das Netzteil ist standardmäßig so ausgerichtet in dem Gehäuse, dass es direkten Kontakt zu einer Außenwand hat und auch da sich Frischluft selbstständig ansaugen kann. Also Gehäuse-Lüfter braucht man nicht, ist auch gar nicht gedacht, dass man in dem Gehäuse noch irgendwie Gehäuse-Lüfter verbaut. Deswegen bin ich gespannt, wie das gleich performen wird. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass man da keine thermischen Probleme bekommen wird. Insgesamt ist der Bild jetzt ja eigentlich auch schon fertig. Also wir sehen, wenn wir uns den von beiden Seiten anschauen, nochmal gut, wo die einzelnen Komponenten so liegen. Und dann können wir tatsächlich alle Wände wieder anbringen und den PC einschalten und einrichten. Insgesamt war ich sehr zufrieden mit dem Bild, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde, dass dadurch, dass das Netzteil schon eingebaut war im Gehäuse und eigentlich alles sehr gut vorbereitet war, auch mit den Kabeln vom Netzteil, dadurch, dass wir keine weiteren Gehäuse-Lüfter verbauen mussten, dass der Zusammenbau von dem Bild eigentlich einer der einfachsten war, die ich bis jetzt auf meinem Channel hatte. Also deutlich einfacher oder auch weniger zeitintensiv als beispielsweise der letzte Be-Quiet-Bild, da wir da Gehäuse-Lüfter noch austauschen mussten, viele Lüfter extra ins Gehäuse eingebaut haben und so weiter. Und uns natürlich auch um das Kabelmanagement ein bisschen besser kümmern mussten, damit alles optisch auch gut aussieht. Aber bei dem Bild waren alle Kabel oder waren alle Kabel, die von vornherein drin waren, halt schon gut verlegt. Deswegen musste man da nicht mehr viel selbst machen. Man musste die halt nur anschließen, aber das war halt kein Problem. Man musste keine extra Gehäuse-Lüfter mehr verbauen. Und das alles hat es dann tatsächlich wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Und ich würde sagen, von der Zeit, die ich reingesteckt habe in den Zusammenbau, war es tatsächlich einer der schnellsten Bilds hier auf meinem Kanal. Obwohl es ein Small Form-Factor-Piece hier ist, also ein Mini-ITX-Bild, wo man vielleicht erst davon ausgehen würde, dass das ja deutlich schwieriger ist. Aber würde ich tatsächlich nicht so sagen. Zumindest mit diesem Gehäuse war das wirklich sehr einfach. Ich finde auch, dass das Ding insgesamt einen ganz coolen Eindruck macht. Kann man sich durchaus so auf seinen Schreibtisch stellen. Ob es jetzt nun das schwarze Gehäuse ist oder das weiße. Das ist natürlich Geschmackssache und kommt dann letztendlich auch auf die weitere Einrichtung, denke ich, so im Arbeitszimmer an oder wo auch immer das Ding stehen wird. Und auch von der Performance hat man auf jeden Fall bei dem Gehäuse keine Probleme. Ich habe darauf mal ein bisschen gezockt bzw. ein paar Benchmarks durchlaufen lassen. Und gerade mit selbst eingestellten Lüfterkurven kriegt man auch bei diesem kleinen Gehäuse wirklich einen sehr leisen Betrieb hin. Das, was man eigentlich hauptsächlich gehört hat bei dem PC, war das Spulenfiepen der Grafikkarte. Das ist halt grundsätzlich ein Problem, was man bei einigen Modellen hat. Auch bei der RX 6800 XT leider. Da muss man sich dann vielleicht überlegen, ob man versucht, ein Modell zu finden, was weniger Spulenfiepen hat. Also ich habe hauptsächlich unter Last halt das Spulenfiepen der Grafikkarte gehört. Lüfter hört man tatsächlich kaum. Auch die Wasserkühlung hat sehr, sehr gut performt. Und selbst unter Last im Cinebench Benchmark ist der Ryzen 5 5600 X trotz quasi lautlosen Betrieb nie heißer als 65 Grad geworden. Also das sind tatsächlich super Temperatur- und Lautstärkewerte. Also da kann man nur einen Daumen nach oben geben. Und wenn man hier ein leises System verbauen will, das ist auf jeden Fall auch mit diesem etwas kleineren Gehäuse problemlos möglich. Hast du noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu diesem Bild hier auf meinem Kanal, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten findest du, wie gesagt, nochmal die Wunschliste mit allen verbauten Komponenten unten in der Videobeschreibung. Und falls du Interesse an genau diesem PC hast, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Die Adresse findest du in meiner Kanalinfo. Und ja, ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.